Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lightroom Basics, mein Workflow. Habt ihr auch schon mal eure Bilder verloren? Nämlich alle? Ich glaube dieses Erlebnis möchte man eigentlich gar nicht haben und wenn man es mal gehabt hat, dann höchstens einmal. Mir ist es einmal passiert, allerdings noch in den analogen Zeiten und ich habe, naja, rund 20 Jahre an Bildern verloren. Der Grund war, nennen wir es mal ein Elementarereignis, man könnte es auch Rosenkrieg nennen, aber das ist eine andere Geschichte. Heute geht es darum, wie wir sowas vermeiden, nicht das Elementarereignis, sondern dass wir unsere Bilder verlieren. Das Thema ist Sicherungen. Viel Spaß! Ja, was haben wir bisher gemacht? Wir haben organisiert, wir haben strukturiert, wir haben eine Ad-Hoc-Entwicklung durchgeführt, wir haben bewertet bzw. unsere Fotos markiert und wir haben GPS-Daten, also Ortsinformationen hinzugefügt. Und heute ist die Überlegung, wie sichert man das Ganze jetzt in einer Art, dass, wenn was passiert, nichts passiert. Und dazu gibt es ein paar Dinge zu beachten, auf die ich jetzt eingehen werde. Auch wenn ich selber auf dem Mac arbeite, ist, naja, ich sage mal 99% von dem, was ich jetzt sage, völlig unabhängig vom Betriebssystem. Das heißt, auch wenn ihr mit Windows arbeitet, könnt ihr dem folgen. Es geht jetzt um ein Sicherungskonzept. Dazu müssen wir uns erstmal in Lightroom anschauen, was bietet uns den Lightroom an der Stelle schon an. Und schauen wir einfach mal rein. Wir sind jetzt hier ganz normal im Bibliotheksmodul und schauen uns mal an unter Lightroom Katalogeinstellungen. Wichtig, nicht Voreinstellungen, sondern Katalogeinstellungen. Das, was man zum Thema Sicherungen macht, ist pro Katalog definiert, nicht grundsätzlich innerhalb von Lightroom. Also gehen wir mal in die Katalogeinstellungen. Allgemein, und da sehen wir schon einen Teil, der heißt Sicherungen. Und hier gibt es einen Eintrag, beziehungsweise mehrere Optionen. Nämlich nie, no risk, no fun. Einmal im Monat bei Beenden von Lightroom, einmal in der Woche beim Beenden von Lightroom, einmal am Tag beim Beenden von Lightroom, bei jedem Beenden von Lightroom und beim nächsten Beenden von Lightroom. So, welche nimmt man denn jetzt am besten? Das ist natürlich jetzt eine Frage. Wie oft nutzt ihr Lightroom? Wie viele Bilder habt ihr drin? Beziehungsweise wie viele Bilder kommen täglich, wöchentlich dazu? Was nutze ich? Ich nehme die Option bei jedem Beenden von Lightroom. Das heißt nicht, dass jedes Mal, wenn ich Lightroom beende, automatisch eine Sicherung erstellt wird, sondern das heißt, schauen wir es uns doch am besten mal an. Also, wir haben jetzt eingestellt bei jedem Beenden von Lightroom. Und das ist jetzt auch abgelegt im Katalog. Und jetzt beende ich Lightroom. Und jetzt fragt mich Lightroom, möchte ich denn wirklich sichern? Also, ich kann an der Stelle diesmal überspringen sagen. Das macht Sinn, wenn ich zum Beispiel öfter zwischen mehreren Katalogen hin und her springe oder eigentlich gar nichts gemacht habe, sondern nur was nachgeschaut habe oder 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 oder. Oder ich habe viel gemacht, ich habe neue Bilder importiert, dann kann ich jetzt sagen sichern. Dazu kommen noch zwei Optionen vor dem Sichern Integrität testen, sprich ist auch alles in Ordnung, was ich da sicher. Macht Sinn. Und Katalog nach dem Sichern optimieren macht auch Sinn. Das spart ein bisschen Plattenplatz. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf sichern drücke, dann erstellt Lightroom eine Sicherung und beendet danach das Programm. Wir sagen jetzt, um einfach Zeit zu sparen, diesmal überspringen. Es gibt, das sieht man hier auch, keine Option, diesen Dialog wieder abzubrechen. Das heißt, einmal damit angefangen, dann muss man durch. Also sagen wir jetzt mal diesmal überspringen, damit wir das sozusagen hinter uns haben. Und dann öffne ich Lightroom wieder. Gut, das wäre also jetzt der eine Punkt. Wir haben jetzt eine Option, wie wir den Lightroom-Katalog sichern können. Die Frage ist jetzt, wo wird eigentlich hingesichert? Wie sieht denn das Ganze auf dem Rechner letztendlich aus? Und es wird jetzt ein kleines bisschen theoretisch. Ich habe einfach mal drei Folien vorbereitet, wo wir uns das im Detail anschauen können. Nehmen wir das hier auch mal weg. Und wenn ihr jetzt bei euch auf die Platte schaut, schauen wir uns den oberen Teil mal an. Dann findet ihr, bei Mac ist das im Verzeichnis Bilder. Bei Windows weiß ich das nicht ganz so ganz genau. Aber ihr findet ein Verzeichnis, das heißt simpel Lightroom. Und wenn ihr in das Verzeichnis reinschaut, dann findet ihr ein weiteres Verzeichnis, das heißt Backups, also Sicherungen. Ihr findet ein File, eine Datei, die endet auf LR-Cut. Das heißt nicht Irr-Cut, wie manche sagen, weil LR, klar, steht für Lightroom. Und ihr findet ein weiteres Icon, beziehungsweise eine weitere Datei, Previews Lightroom Data, LR Data. Wenn ihr Smart Previews angelegt habt, dann gibt es noch eine dritte Datei, die heißt Smart Previews LR Data. Dazu, wie gesagt, ein Verzeichnis, Backups, Sicherungen. Und innerhalb dieses Verzeichnisses findet ihr wieder, und zwar in dem Moment, wenn ihr die ersten Sicherungen habt laufen lassen, unter Verzeichnisse, in denen ihr seht das Datum. Also ich habe jetzt hier mal beispielshaft den 10.04.2017, den 12.04.2017, da ist jeweils eine Sicherung gemacht worden. Und eine laufende Nummer, die wird jetzt nicht pro Tag durchgezählt, sondern die wird sozusagen seitdem dieser Katalog existiert, hochgezählt. Und innerhalb dieses Verzeichnisses gibt es ein File, das hat hier vorne irgendeinen Namen und dann LR-Cut, nämlich das von hier, .zip. Das heißt, es ist komprimiert, also eine ZIP-Datei. Das heißt, das, was Lightroom sichert, ist der Katalog. Nichts anderes ist hier in diesem LR-Cut-File, das ist der Katalog. Previews und Smart Previews werden von Lightroom nicht gesichert. Das ist aber auch unwesentlich, weil beide Dateien kann man, selbst wenn man nur den Katalog zur Verfügung hat, und natürlich die zugehörigen Bilder wiederherstellen. Also brauchen wir davon keine Sicherungen. Was auffällig ist, die Backups liegen im gleichen Verzeichnis wie der eigene Katalog und damit insbesondere auch auf der gleichen Platte. Das heißt, wenn ihr einen Plattencrash habt, dann ist nicht nur das Original weg, sondern dann sind auch die Sicherungen weg. Ist nicht unbedingt hilfreich. Zusätzlich habt ihr natürlich eure Fotos irgendwo abgelegt. Bei mir sieht es für 2017 jetzt so aus, dass ich in der Struktur, die ich euch vorgestellt habe, verschiedene Verzeichnisse habe, innerhalb der Verzeichnisse In und Out und dahinter dann natürlich die Bilder. Damit wissen wir jetzt zunächst mal, wo ist unser Katalog, wo sind die Sicherungen unseres Katalogs, die von Lightroom erstellt werden, und wo sind unsere Fotos. Jetzt ist die Frage, wie machen wir davon jetzt eine Sicherung, die wir im Falle eines Falles, nämlich Plattencrash, dann auch, ich sage mal, zumindest ohne großen Aufwand wieder nutzen können. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Synchronität. Das heißt, wenn ihr eure Fotos sichert, dann müsst ihr zum gleichen Zeitpunkt, und was das heißt, gleicher Zeitpunkt, komme ich gleich nochmal drauf, auch den Katalog sichern. Warum? Die Informationen über die Bilder liegen im Katalog. Das heißt, Beispiel. Gehen wir nochmal zurück zu unserem Verzeichnis, was wir in den letzten Folgen angelegt bzw. bearbeitet haben. So, da gibt es einige Bilder, und ich habe jetzt mal hier ein Bild ganz normal in Lightroom entwickelt. Ich habe jetzt mal, damit man es richtig gut sieht, ein Schwarz-Weiß-Bild draus gemacht. Das heißt, das, was ihr hier im Lightroom nach dem Entwickeln sieht, ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Und jetzt schauen wir uns das Bild mal Mac im Finder, bzw. das gleiche könnt ihr auch auf Windows machen, im Datei-Explorer an. Und ihr seht hier, das ist gar kein Schwarz-Weiß-Bild. Das ist ein Farbbild, und zwar ist das das Original-Bild. Das heißt, die Einstellungen, die aus dem Bild im Entwickeln-Modul ein Schwarz-Weiß-Bild gemacht haben, sind gar nicht im Bild abgelegt, sondern im Katalog. Das heißt, die Verknüpfung zwischen Katalog bezieht sich nicht nur darauf, dass der Katalog die Struktur eurer Datei-Ablage kennt, sondern da sind Informationen zu jedem einzelnen Bild. Entwicklungsinformationen, die Bewertung, die wir gemacht haben, ihr erinnert euch, PIC zum Markieren, oder die Sterne-Bewertung. Das ist alles im Katalog hinterlegt. Und wenn die Sicherungen, die ihr macht vom Katalog und von euren Bildern, nicht auf dem gleichen Zeitpunkt basieren, dann habt ihr oder könnt ihr unter Umständen Abweichungen drin haben. Und je nachdem, wie viel ihr im Katalog macht, wie viel ihr an euren Bildern arbeitet, umso größer kann im Extremfall diese Abweichung sein. Deswegen ist die dringende Empfehlung, diese Sicherung zum gleichen Zeitpunkt zu machen. Das heißt, vom Ablauf her Lightroom schließen, Sicherung dabei machen, so wie gerade gezeigt, so dass ihr dieses LR-Cut.zip-File habt und dann eure Fotos zusammen mit dem Lightroom-Katalog sichern auf eine andere Platte. Und das ist der zweite Punkt. Innerhalb des PCs oder des Macs zu sichern, macht keinen Sinn, weil von den vielen Ereignissen, die eintreten können, die zum Verlust von Daten führen, ist das Sterben des PCs oder das Sterben einer Platte noch das Wahrscheinlichste. Das heißt, ihr müsst den Katalog und eure Bilder auf ein Medium sichern, was, ich sage mal, nicht in eurem PC steckt. Und da gibt es im Wesentlichen drei verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt auf eine USB-Platte schreiben. Ihr könnt einen NAS-Filer nehmen, sage ich gleich, was das ist. Und ihr könnt in eine Cloud schreiben. Cloud heißt irgendein Service, den ein Web-Provider wie zum Beispiel Google, Amazon, wie sie alle heißen, zur Verfügung stellt. Die haben jeweils verschiedene Vor- und Nachteile und da komme ich jetzt gleich mal drauf. Fangen wir mit dem USB an. Also eine simple USB-Platte, die ihr in euren Computer steckt und dann eure Sicherungen macht. Das ist die Variante, die ich nehme, wenn ich unterwegs bin. Da habe ich meinen Laptop dabei und habe meistens zwei USB-Platten dabei. Und da schreibe ich meine Sicherungen drauf. Und wenn ich meine Sicherungen geschrieben habe, dann ziehe ich die Platte wieder ab vom Rechner und packe sie irgendwo hin, wo ihr hoffentlich nichts passieren kann. Wenn die Platte am Rechner bleibt, dann habt ihr zwei Risiken nicht abgedeckt. Risiko Nummer 1. Ihr fangt euch ein Virus ein. Dem ist es egal, ob die Platte im PC sitzt oder über USB angeschlossen ist. Je nachdem, was für ein böser Bube da was geschrieben hat, kann es sein, dass auch eure Daten auf der USB-Platte weg sind. Also, wenn ihr das vermeiden wollt, ihr solltet natürlich einen Virenscanner haben, by the way, solltet ihr die Platte nach der Sicherung wieder abziehen. Zweites Risiko. Die Platte liegt natürlich auf eurem Schreibtisch, weil USB-Kabel sind nicht beliebig lang. Das heißt, wenn das Ereignis, von dem wir alle nicht hoffen, dass es eintritt, halt doch mal eintritt, nämlich, keine Ahnung, es brennt oder es wird eingebrochen und der liebe Herr Räuberer klaut sich nicht nur euren PC, sondern auch die daneben liegenden Platten, dann ist schon wieder alles weg. Was ich zu Hause mache, ist die Lösung mit einem sogenannten NAS-Pfeiler. Wofür steht NAS? Schon wieder Englisch. Network Attached Storage. Das heißt, ein NAS-Pfeiler ist im Prinzip ein kleiner Rechner. Da läuft meistens ein Linux-Betriebssystem drauf, von dem ihr aber nicht besonders viel mitkriegt. Der hat insbesondere viel Plattenplatz. Und er wird nicht direkt an den PC angeschlossen, sondern er hängt in eurem Netzwerk. Das heißt, er könnte zum Beispiel da stehen, wo euer Internet-Router steht, der vielleicht in einem anderen Raum steht. Und das ist der Vorteil dieser Lösung. Diese NAS-Box, die muss nicht bei euch am Schreibtisch stehen. Die kann irgendwo in der Wohnung beziehungsweise im Haus stehen. Bekannte von mir hat seinen Internet-Zugang im Keller, da steht der Router, und in diesem Kellerraum hat er auch sein NAS-Stehen. Und damit ist er weit weg von seinem Büro und die Wahrscheinlichkeit, dass beide gleichzeitig von irgendwas betroffen sind, ist doch etwas geringer, wie wenn die beide in einem Raum stehen. Dritte Variante, Cloud-Lösung. Ah, vielleicht noch einen Schritt zurück. Was eine USB-Platte kostet, das weiß in Zweifelsfall jeder. Eine NAS-Platte, beziehungsweise so ein Pfeiler. Das letzte, was ich gesehen habe, wenn ihr, was jetzt relativ viel ist, wobei ich mache sehr viele Bilder. Den letzten, den ich mir gekauft habe, das waren 8 TB NAS-Pfeiler mit guten Platten, also keine Billigplatten, weil wenn eine einzelne Platte crasht, je nachdem wie der NAS-Pfeiler aufgesetzt sind, kann schon wieder alles weg sein. Also mit guten Platten drin liegt so zwischen 800 und 1000 Euro für 8 TB. Also Daumenregel pro TB 100 bis 120 Euro. Das läuft nicht linear, aber das ist so die Größenordnung. Cloud sieht die Welt natürlich sofort wieder ganz anders aus. Cloud heißt, irgendwo im Web, bei irgendeinem Provider, wie gesagt. Das heißt, ihr wisst eigentlich gar nicht, wo die Daten sind. Wenn ihr zu einem amerikanischen Anbieter geht, sind die Daten wahrscheinlich in Amerika oder in China, Japan, keine Ahnung. Irgendwo liegen sie. Ob man dieser Variante vertraut, ist eine persönliche Fragestellung. Da möchte ich jetzt im Moment nicht drauf eingehen. Aber es hat zwei, ob es Nachteile sind, kann man darüber streiten. Es hat zwei Folgen. Das erste, ihr braucht einen ziemlich breitbandigen Internetanschluss. Mit einem 3-Megabit-Anschluss werdet ihr wahrscheinlich verzweifeln. Weil 3-Megabit, wenn ihr das kauft bei der Telekom oder bei anderen, dann ist das downstream. Das heißt, wie kommen die Daten zu euch? Ihr braucht aber upstream, weil ihr wollt die Daten raussenden. Und Fotos sind halt nun mal nicht besonders klein. Und auch der Lightroom-Katalog ist nicht besonders klein. Das heißt, ihr braucht schon eine richtige Bandbreite dafür. Ich habe momentan 40 Megabit. Damit würde das gehen, aber ich habe diese Lösung nicht genommen. Das sage ich gleich. Weil zweites Problem oder zweite Folge, ihr habt monatliche Kosten. Die sind von Provider zu Provider stark unterschiedlich. Es gibt, wie gesagt, viele amerikanische, aber auch deutsche Provider. Da solltet ihr einfach mal Google bemühen, wenn ihr euch für diese Art der Lösung interessiert. Das sind die drei Varianten, die ihr wählen könnt. Was ihr natürlich auch machen könnt, um das Ganze noch weiter auf die Spitze zu treiben. Ihr könnt sozusagen stapeln oder staffeln. Sprich, bei dem, was wir bisher besprochen haben, habt ihr eine Sicherung vom Lightroom-Katalog und von den Fotos. Und die liegt immer noch bei euch, nämlich wenn ihr USB nutzt auf dem Schreibtisch oder wenn ihr eine Nasspfeiler nutzt, irgendwo im Haus oder in der Wohnung. Es gibt viele im professionellen Bereich, die kombinieren diese Lösungen. Die haben zu Hause nass und sichern zusätzlich in die Cloud. Auch das ist möglich. Was letztendlich das Richtige ist für euch, das ist eine Frage, die ihr, ja, ich sage mal, euch selber beantworten müsst. Letztendlich geht es um drei Punkte. Wie hoch sind die Kosten für die Lösung? Wie hoch ist der Aufwand? Wobei das, was ich beschrieben habe, kann man auch automatisieren. Es gibt Tools, sowohl auf dem Mac als auch auf dem Windows-Rechner, mit dem ihr diese Sicherungsvorgänge automatisieren könnt. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr das Thema Synchronität, Lightroom-Katalog, Fotos gewährleistet. Also Kosten, Aufwand stehen auf der einen Seite und das Risiko des Datenverlustes steht auf der anderen Seite. Risiko heißt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass euch, ich sage mal, ganz platt die Hütte abbrennt, wie wichtig sind euch die Bilder und letztendlich, was wollt ihr bezahlen und was für einen Aufwand wollt ihr betreiben, um dieses Risiko gering zu halten. Also, zusammenfassend, ohne jetzt nochmal auf eine Risikobewertung eingehen zu wollen, das Wichtige ist, der Lightroom-Katalog und die Bilder müssen synchron gesichert werden. Dann habt ihr die Gewährleistung, dass all das, was ihr gemacht habt auf den Bildern und was im Lightroom-Katalog hinterlegt ist, auch den gleichen Stand hat in der Sicherung wie die Fotos. Und dann habt ihr keine Probleme, wenn ihr die Hauptplatte verliert, alles wieder zurückzuspielen auf eine neue Platte und ihr könnt genauso weiterarbeiten wie vorher. Es war ein bisschen theoretisch heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem was gebracht. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. In der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich endlich mal in das Entwickeln-Modul wechseln. Wenn ihr mich verfolgt auf meinem YouTube-Kanal und wenn ihr es nicht tut, dann solltet ihr das dringend tun, dann findet ihr in der Zwischenzeit, ja, ich glaube, es sind jetzt über 50 Videos und in den meisten davon entwickle ich mindestens im ersten Schritt ein Bild in Lightroom. Das heißt, da gibt es schon jede Menge Informationen. Was wir jetzt in den nächsten Teilen zum Entwickeln-Modul machen, ist jetzt nicht einfach Bilder entwickeln, sondern ich werde Schritt für Schritt durch die einzelnen Bereiche des Entwickeln durchgehen und euch erklären, was denn da eigentlich passiert. Wenn ihr das nicht verpassen wollt und es immer noch nicht getan habt, dann abonniert doch meinen Kanal. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns hier wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Fotografieren bei der Bildbearbeitung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.